Der Überraschungs-Europameister ist zurück zu Hause. Portugals Nationalmannschaft ist am Montag begeistert in Lissabon empfangen worden. Löschfahrzeuge der Flughafenfeuerwehr versprühten zur Begrüßung Wasserfontänen in den Landesfarben, ehe das Team bei strahlendem Sonnenschein die Maschine verließ. Trainer Fernando Santos und Superstar Cristiano Ronaldo zuerst, den silbernen Pokal in der Hand. Zum Abschluss startete die Mannschaft in Doppeldeckerbussen zu einer Siegesfahrt. Aus den Boxen dröhnte Queens Hit We Are The Champions.